Es ist mir ganz wichtig, dass meine Kunst zumindest so von den Motiven her so für jedermann verständlich ist und dass jeder sich da irgendwie ein Bild zu machen kann. Das hat vielleicht auch was mit meinem Filipino-Sein irgendwie zu tun, dass ich mir denke, ich möchte aber nicht, dass meine Kunst so super elitär und super teuer irgendwie ist und keiner kann das irgendwie bei sich reinstellen, sondern es ist mir halt voll wichtig, dass ich in Zukunft vielleicht sowas wie Edition habe oder so. Dass jeder sich das halt leisten kann. Da gibt es verschiedene Meinungen in der Kunstwelt, ob man sowas halt machen soll oder nicht. Aber ich denke mir so, ich will auch, dass irgendeine Tita, die irgendwie da Bock drauf hat, mich auch zu supporten oder das halt einfach toll finde, was ich mache, dass es auch okay ist, für die sich halt irgendwie was zu kaufen. Ja, hallo, ihr Lieben, zu Henneration 2.0, dem Deutsch-Pinol-Podcast. Heute ist Silke Lapina unser Gast. Sie wohnt in Berlin und ist Künstlerin. Und jetzt kommt das Spannende. Silke hat ihren Master über Spiritualität in der zeitgenössischen Kunst geschrieben. Denn sie interessiert sie für die christliche Mystik. Wir sprechen über Reisen, Wurzeln, Religion und über existenzielle Fragen in ihrem Leben. Also, viel Spaß beim Zuhören. Also, ich komme ursprünglich aus einer Vorstadt von Hamburg, die nennt sich Künstlerk. Und, genau, meine Mama kommt ursprünglich aus Kesson City. Und, ja, da bin ich in einer relativ langweiligen Vorstadt aufgewachsen, habe da mein Abi gemacht und dann habe ich danach gesagt, raus da und bin als Backpackerin durch die Welt erstmal gebummelt. Krass. Wie alt warst du, als du das einfach beschlossen hast, Backpackerin zu sein und dann durch die ganze Welt zu tingeln? Das war so während der Abi-Zeit, wo ich halt irgendwie gemerkt habe, ich habe einfach voll Bock, irgendwie was von der Welt zu sehen. Und durch meine philippinischen Wurzeln war mir das eh schon irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall auch dann auf die Philippinen irgendwie möchte für eine Zeit lang. Und, ja, wenn man das nicht zu dem Zeitpunkt macht, wann denn halt dann? Weil dann steckt man vielleicht im Beruf oder halt im Studium oder vielleicht hat man dann auch schon eine Familie. Und da war für mich halt irgendwie klar, boah, ey, ich muss das denn, dann muss ich das jetzt nach einer Abi machen. Und sag mal, wie lange warst du dann auf den Philippinen? Also, ich war erstmal an verschiedenen Orten, also Istanbul, Dubai und Bali. und dann Australien und da habe ich dann ein Jahr lang gelebt. Und dann bin ich nach Thailand und dann auf die Philippinen. Genau. Und dann wieder zurück nach Deutschland und bin dann danach noch ganz viel verreist auf der Welt. Aber als ich auf den Philippinen war, das war 2013, das ist auch das letzte Mal, dass ich auf den Philippinen war. Oh, das ist auch eine Weile. Ja, das ist super lange her. Ja, also es ist jetzt neun Jahre her. Neun Jahre. Ja, also, ja, ich müsste mal wieder auf die Philippinen auf jeden Fall. Als du auf den Philippinen warst, hast du dich da irgendwie so ein bisschen heimisch gefühlt? Ja, es hat, also ich bin in Deutschland aufgewachsen und war als Kind halt sehr oft auf den Philippinen, also so wirklich alle zwei Jahre. Deswegen war das für mich halt irgendwie klar, dass es halt irgendwie in der Welt nochmal eine andere Welt gibt. Also es gibt halt irgendwie mein Leben in Deutschland, aber es gibt auch die Familie auf den Philippinen und das existiert halt irgendwie so gleichzeitig. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich halt mit einem Teil von mir halt schon dort auch heimisch fühle. So, und dieses, dieser Humor, den ich halt kenne von, keine Ahnung, in der philippinischen Gemeinde oder so, oder wenn die Titas irgendwie miteinander sprechen, das wird da halt so richtig, also da siehst du dann, woher das halt irgendwie kommt und so und die ganze große Familie. Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich da auch irgendwie heimisch fühle, auch wenn ich jetzt lange nicht da war. Ja, ich mag das ja immer, wenn, den Geruch immer so, wenn ich dann rauskomme und eigentlich dieser, oh Gott, diese Hitze, weißt du, du kommst aus diesem Flugzeug raus und du denkst so, ja okay, ich bin zu Hause. Und der Benzingestank, der Benzingestank. Ja, das ist auch so. Diese Kombination, dann denke ich mir so, geil, ich bin daheim. Ja. Naja, also gut, aber das heißt, du warst wie lange dann auf den Philippinen? Ich war 2013, das war quasi das Ende meiner Weltreihe, also von diesem Work and Travel Backpacking war das quasi die letzte Station. Ja. Da war ich, ich glaube, fünf Wochen da. Mhm. Ja. Darf ich mal fragen, was macht man denn so in fünf Wochen? Weil ich meine, ich finde persönlich, die Zeit ja wahnsinnig schnell, weil man so viel machen kann. Aber was hast du denn da gemacht? Ich habe viel mit meinen Cousinen gechillt, was man halt irgendwie so macht. San Miguel getrunken. Also hast du bei deiner Familie gewohnt, ne? Hast du gesagt, hast du dann bei deiner Familie gewohnt oder hast du dir was Eigenes gesucht in den fünf Wochen? Ich habe bei meiner Tante gewohnt, also die eine Tante ist quasi, wie nennt man das, so Middle Class, so. Und der Rest lebt halt, ich würde es tatsächlich schon so als Slums bezeichnen. Es kommt einem halt nicht so vor, weil das, was man quasi im Fernsehen sieht, was so als Slums betätigt wird, wenn du da bei der Familie bist, halt in so ärmeren Wohnungen, dann fühlt sich das jetzt nicht irgendwie an, als wärst du da irgendwie in so einem krassen Abend führte, sondern die Leute sind super großzügig und keine Ahnung, so. Ja. Ja. Ich habe bei der einen Tante gewohnt, weil bei den anderen gab es halt nicht so viel Platz, aber trotzdem haben wir manchmal halt dort auch Party gemacht. So, wenn es dann Sun-Mig zu spät geworden ist, hat man irgendwann Red Wharf getrunken. Ah. Genau, also ich habe halt viel mit meinen Cousinen irgendwie Party gemacht. Ja, bin da so rumgetingelt und. Aber warst du dann nur eher so Manila-Area oder warst du dann, bist du auch mal auf die anderen Inseln? Ah ja, ich war mit meinem Onkel auf Palawan. Oh nice. Das ist richtig krass, weil ich halt über diese Erfahrung in Australien und so dachte, boah, das ist so eine krasse Natur, Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und dann komme ich auf die Philippinen und bin auf Palawan und denke mir so, genau, ich war auch auf Fiji. Also ich habe halt echt so richtig krasse Sachen irgendwie erlebt. Und dann komme ich auf die Philippinen und denke so, krass, nicht nur, weil ich irgendwie zu einem Teil auch von den Philippinen komme. Es ist wirklich einfach eine richtig krasse Natur dort. So, das kann man sich nicht, also vorstellen, ist so, man denkt so, krass, Jurassic Park ist halt echt, das gibt es halt auch in Philippinen. Ja, das, was man irgendwie nur aus dem Fernsehen kennt, irgendwie, was so aussieht wie Fantasy, das gibt es halt wirklich so. Ja, das stimmt. Das habe ich schon echt krass beeindruckt. Ich wollte damals halt unbedingt diese Experience haben und nicht irgendwie im Hotel schlafen, sondern wirklich bei so einer, bei so Locals. Und da habe ich halt bei dieser Fischer-Familie mit so fünf Kindern und einem Hund irgendwie so aufs Bett lag und nur auf dem Boden geschlafen. Das war voll cool. Ja, das ist schon echt eine tolle Erfahrung. Als ich zum ersten Mal deine Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, wow, ist die so, ist die religiös? Ist die, ist die sehr katholisch erzogen worden? Wie ist deine Antwort dazu? Also ich habe Religion und Kultur studiert, deswegen habe ich da vielleicht nochmal so eine andere Definitionshaltung. Da würde man jetzt erstmal sagen müssen, okay, was ist denn, was bedeutet denn für euch, religiös zu sein? Bedeutet das, dass man dann halt in einer Gemeinde irgendwie sein muss oder dass man an bestimmten festen Leersätzen halt sich dem halt so zuschreibt? Oder kann man auch an etwas Transzendentes glauben, ohne in einer Gemeinde zu sein? Also wie würdet ihr das denn sehen? Es würde mich halt voll interessieren, wie ihr den Begriff religiös sein beschreiben würdet. Okay, aber es geht um dich. Ja. Also ich tendiere so Richtung Nummer drei. Okay, es gibt da zwei Geschichten, die sich halt überlappen, wo ich jetzt so rückblickend sagen kann, dass das halt das ausgelöst hat, dass ich mich halt sehr für die Themen Religion und halt existenziellen Fragen halt so interessiere. Das erste ist, dass ich mit 14, ja ist mein Vater gestorben, so und das hat mir halt echt so krass den Boden unter den Füßen weggerissen und wenn man halt so eine Erfahrung gemacht hat, dann macht man sich halt sehr früh halt schon Gedanken zu solchen Fragen. Und das zweite ist aber, dass bei uns zu Hause halt das Thema Religion halt schon immer Thema war, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt religiös aufgewachsen bin, so meine Mutter ist katholisch, so ich kenne die ganz normalen Rituale überall, so ein bisschen mal so ein Rosenkranz hängt irgendwo und so, damit bin ich halt aufgewachsen. So, und dadurch, dass bei uns zu Hause halt immer sehr viele Bücher standen zum Thema Weltreligion, verschiedene Kulturen, hat mich das irgendwie wahrscheinlich so unterbewusst auch beeinflusst. Genau, und das führte dann dazu, dass ich halt nach meinen Reisen Anthropologie angefangen habe zu studieren in Wien und da habe ich dann innerhalb des Studiums halt gemerkt, dass die Gesellschaft oder die Kultur halt grundlegend beeinflusst wird vom Wertesystem. So, und das ist immer irgendwie in Verbindung mit dem Weltbild oder der Religion dieser Kultur. Das liegt so ganz tief unter der Kultur. Und das hat mich halt so sehr interessiert, dass ich dann halt gedacht habe, boah, ich würde da gerne irgendwie noch ein bisschen tiefer reingehen. Und dann habe ich beschlossen, wieder nach Deutschland zu ziehen und in Berlin gab es halt den Studiengang Religion und Kultur. Wenn man sich entscheidet, sowas zu studieren und aber auch eine Weltreise gemacht hat, ich glaube, da geht man doch auch schon mit sehr vielen Fragen in die Reise und in dieses Studium rein, oder? Ja, es ist ja, also, das ist ja wie bei so Leuten, die Psychologie studieren oder so, die haben immer ein Interesse, sich selbst auch dann so ein bisschen zu therapieren und so. Und ja, ich würde sagen, dass wegen Geschichte 1 halt meine Familiengeschichte, dass mich das halt so krass irgendwie geprägt hat, dass diese Fragen mich einfach verfolgt haben. So, was bedeutet den Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Woran glaube ich? Gibt es etwas Größeres? Und mit den Fragen bin ich quasi halt auch in mein Studium gegangen. Ja, ich finde es super interessant, was du studierst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ehrlich gesagt, ich kenne keinen außer dir. Also wirklich, also das ist nicht... Die Kombination ist halt sehr speziell, ne? Also Religion und Kunst. Oder ist das eigentlich typisch? Also sagst du, das ist eine super Kombi und das ist das, was ich schon immer studieren wollte? Oder wolltest du das erstmal ausprobieren? Und um zu gucken, liegt mir das? Also ich habe Religion und Kultur studiert. Und ich habe Kunst halt gar nicht in irgendeiner Form studiert. Ah, okay. Genau, also ich habe mir das Thema Kunst quasi autodidaktisch beigebracht. Ich hatte dann während meines Lebenslaufes halt verschiedene Mentoren zu der Kunst. Aber ja, ich wurde halt nie von der Kunst-Uni angenommen. Und das war dann aber halt auch okay, weil ich halt dachte, okay, ich kann mir alle diese eher technischen Sachen ja sowieso beibringen. Also, es gibt ja YouTube oder keine Ahnung. Man kann sich ja alles irgendwie selber beibringen. Aber ich kann mich jetzt nicht selber so krass dazu motivieren, irgendwie so wissenschaftliche Texte zu lesen. Aber Kunst ist ja immer beeinflusst von einem bestimmten Inhalt. Und deswegen, vielleicht rede ich es mir auch nur schön, weil ich nicht angenommen wurde für eine Kunst-Uni. Aber im Endeffekt war es das ganz gut, weil ich halt inhaltlich viel fundierter bin. Ja, und darf ich dich jetzt mal ganz kurz fragen, hast du dann ein paar Fragen, mit denen du in das Studium reingegangen bist, für dich auch manchmal, also ich glaube nicht beantworten können, aber vielleicht irgendwie so eine Art Frieden machen können? Ja, also es hat sich tatsächlich irgendwie jetzt gerade in dem Master-Spielengang hat sich irgendwas quasi gelöst. So, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt wirklich komplett weiß, okay, das daran glaube ich oder so und so ist das. Sondern, ja, vielleicht habe ich irgendwie akzeptiert, dass sowas wie Spiritualität eine lebenslange Aufgabe ist. Und dass diese Suche halt ein Leben lang geht, so wie das Thema Identität. Das hört nicht auf. Ich glaube, damit habe ich irgendwie im Master-Spielengang Frieden finden können. Du hast gesagt gelöst. Es hat sich was gelöst. Ist das dann wie schweres Gepäck, das sich von dir gelöst hat? Ich weiß, das wird jetzt sehr psychologisch. Ich wollte gar nicht in die Richtung. Aber du musst es auch nicht beantworten. Wenn du sagst, hey, das geht mir zu lieb, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber Religion, Selbstfindung, Identität, das ist alles irgendwo für mich irgendwie geht es immer so in die gleiche Richtung. Also sowas, du haust automatisch tiefer ein, finde ich. Ich würde sagen, dass ich in meiner Kunst diese grundlegenden Fragen mit erforsche. Ich habe keine letztendlich geltende Meinung zu all diesen Themen. Aber in meiner Kunst kann ich mich halt nochmal auf eine andere Art und Weise damit auseinandersetzen. Und Sachen, die man vielleicht auch nicht versprachlichen kann. Dafür ist dann halt visuelle Kunst da. Sonst würde es ja Autoren sein oder so. In deinen Bildern, wie kommst du denn dazu, dieses Symbol zum Beispiel zu nutzen und das dann irgendwie kreativ darzustellen? Machst du erstmal einen Draft oder gehst du gleich mit dem Pinsel auf deine Leinwand und schließt die Augen und weißt, okay, ich male jetzt ein Kreuz, ich mache irgendwie einen Heiligenschein. Oder gehst du mit einer Bibel, schaust du da irgendwelche Verse oder einen Artikel oder irgendwie, wo ziehst du dir deine Energie und deine Ideen? Und wie machst du das eigentlich? Also ich habe mir ganz oft schon diese Frage gestellt, wo die Ideen herkommen. Und ich kann sie nicht wirklich beantworten. Also ich vermute einfach mal, dass ich das über die Beschäftigung mit manchen Schriften, also ich interessiere mich sehr für die christliche Mystik. Und ich hatte auch ein Seminar zu Meister Eckart, das ist so ein Mystiker aus dem Mittelalter gewesen. Der hat, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, halt so gesagt, dass man das in sich halt spüren soll und darin halt irgendwie aufgeht und dass die Kirche quasi in dir selber ist. Und damit kann ich mich halt ganz gut, das finde ich einen ganz guten Gedanken. Wenn du ja die Bilder ja machst, da kommen ja bestimmte Gedanken hoch. Verarbeitest du dann praktisch diese Gedanken in diesem Bild? Oder hast du eigentlich schon was Festes im Kopf und weißt, okay, so muss ich praktisch hier den Heiligenschein machen, so mache ich die Krone, hier mache ich dieses Dezente hin, hier kommt ein Sprühlack drüber, hier mache ich die Gravur oder ist es immer so, okay, hier ist mein Draft und dann gehst du weg vom Bild. Ein paar Tage später kommst du zurück und sagst, okay, jetzt mache ich hier irgendwas hin, gehst wieder weg, kommst wieder ein paar Tage später, malst du den Rest weiter oder ist das so ein fließender Gang eigentlich bei dir, wie so ein fließender Ablauf, wenn du ein Bild kreierst? Also es gibt verschiedene Werke, die ich mache, es gibt halt so Abstract-Bilder, die halt so einfach so wild abstrakt sind. Das wäre wie so ein Stream of Consciousness, also da denke ich irgendwie überhaupt nicht drüber nach, sondern greife halt einfach zu Farben, die ich halt irgendwie gut finde und dann klatsche ich halt einfach alles auf die Leinwand und dann hat sich quasi diese Energie einfach so entladen. Aber bei diesen Werken jetzt zum Beispiel und auch bei den Spiegeln ist es halt so, wenn ich was ausstelle und sich die Leute das angucken, dann verfüge ich sowieso nicht mehr über die Bilder, weil die nehmen dann ihren eigenen Lauf und können das so deuten, wie sie wollen. Aber ich beabsichtige bei diesen beiden Werkserien schon, dass es mit dem Betrachter was macht. Dass ich halt mit einer Symbolik spiele, wo ich halt weiß, auch wenn sehr, sehr viele Menschen halt in Deutschland sich ja als Atheisten beschreiben würden, dass diese christliche Symbolik kennt einfach jeder. Und jeder kann sich halt dazu Gedanken machen und was bedeutet für eine Passion? Und ich kann das nicht für die andere Person beantworten, aber ich weiß halt, dass diese Symbolik, egal ob man religiös ist oder nicht, halt irgendwas in der Person auslöst. Und es kann auch sein, dass jemand das abstoßend findet. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, boah krass, ich fühle mich eigentlich genauso, während Corona jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Passion halt nehmen, genauso fühle ich mich gerade. Und bei den Spiegeln zum Beispiel habe ich halt so bestimmte Sätze aus so Popsongs eingraviert und der Betrachter sieht sich halt selber in dem Spiegel und liest das und es sieht aus wie ein Gebet. Ja, weil du diese Schrift auch entsprechend ausgesucht hast, ne? Genau, das ist so eine Typografie aus dem Mittelalter und es schaut dann halt so aus, als wäre das halt vielleicht irgendwie so ein Gebet oder so. Und der Betrachter liest das und sieht sich selber dabei, wie diese Schrift auf dir drauf ist. Ja, was macht das mit einem? So, dringt das vielleicht nochmal tiefer ein? Und dann sage ich, ja, das ist nicht irgendwie aus dem Mittelalter oder so, sondern das sind Popsongs von heute. Vielleicht ist es ja auch möglich, so ein Gebet zu sprechen, indem man sich Popsongs anhört. Vielleicht ist es halt das im Alltag zu finden. Ja, das siehst du ja auch bei diesen Worship-Songs. Ja. Das ist auch so ein schönes Beispiel bei den Worship-Songs, weil ich höre das sehr gerne. Es muss nicht unbedingt, wie sagt man das? Es gibt ein gewisses Gefühl, wenn ich das höre. Manchmal gibt es so Songs, das schwäbe ich. Warum auch immer. Das kann man auch nicht erklären. Das ist so typisch auch für den Filipino. Wir sind halt so, wir sind emotionale Menschen. Und es gibt da so manche Gefühle, die kann man halt nicht richtig erklären, einen, der es nicht kennt. Ja. Und das ist immer so schwierig. Deswegen auch halt mit der Religion bei manchen. Ich kenne viele, die dann sagen, ich möchte nicht mehr was mit der Religion zu tun haben, weil diverse Gründe. Manche sagen, ich möchte gerne in dieser Glaubensgemeinschaft, in dieser Religion noch bleiben, weil ich halt dazugehörig fühle. Es gibt mir was, ich spüre da was und es tut mir auch gut. Und ich glaube, in deiner Symbolik und deine Bilder, die ich jetzt gesehen habe bis jetzt auf Instagram, ich glaube, bei vielen, denke ich mal, wird es was auslösen. Ich weiß nicht, ob du da schon Feedback bekommen hast, als die dann deine Ausstellung angeschaut haben und dann gesagt haben, irgendwas löst es in mir aus, irgendwie positive Vibes. Gab es das schon mal eigentlich, dass das einer mal direkt zu dir gesagt hat in der Ausstellung oder erst eher später? Ja, es sind so diverse interessante Sachen da passiert. Also ich kann grundsätzlich beobachten, also Berlin ist jetzt nochmal so extrem, weil in Berlin sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Statistik noch stimmt, aber so 70 Prozent der Leute Atheisten. Kommt schon hin, ja. Die wollen gar nichts mit irgendwie sowas zu tun haben. Aber wenn du dann etwas weiter nachhakst und so fragst, glaubst, es gibt dann irgendwie eine Seele oder irgendwie was, eine größere Energie oder so, dann sagen ganz viele Leute, ja, an sowas glaube ich schon. Aber dann bist du eigentlich ja gar kein Atheist. Und das finde ich irgendwie spannend, das so ein bisschen herauszufordern. oder mich herauszufordern, sondern halt auch zu sagen, ey, vielleicht sind sich halt religiöse Leute und halt Atheisten gar nicht so unähnlich. Man muss es halt nur irgendwie mal aussprechen, an was man explizit denn ungefähr glaubt. Und vielleicht benutzt eine andere Gruppe halt eine andere Sprache dafür und lebt es halt anders. Aber es ist schon passiert, dass während ich eine Ausstellung hatte, da habe ich quasi während einer Ausstellung das so live vergoldet. Über drei Tage lang habe ich daran gearbeitet und das war quasi dann wie so eine Performance, dass ich halt die Besucher konnten das halt sehen, während ich das so bearbeitet habe. Und dann habe ich halt irgendwann Besucher dazu eingeladen, halt mit mir gemeinsam das Bild zu vergolden. Und dann kamen auf einmal so komische Themen irgendwie hoch. Also, oder was ist das, nicht komische Themen, sondern auf einmal hat die Person angefangen, halt über Spiritualität zu sprechen und mir hat das erzählen, dass, keine Ahnung, der irgendwie einen Ayahuasca-Trip mal gemacht hat und da irgendwie herausgekommen ist, dass es irgendwann mal in der Familiengeschichte, wo eine Vergewaltigung gab und der hat mir das halt irgendwie so erzählt und ich war so, krass, die Leute denken sehr, sehr viel über solche Sachen nach und glauben auch, also, das ist ja zu meiner Erfahrung, die meisten Leute glauben auch irgendwie an vielleicht eine höhere Macht oder so, aber mit der Kirche würde man nichts zu tun haben. Und ich finde das halt irgendwie ein bisschen komischer Gap, so, weil, ja. Vielleicht wäre das auch die nächste Frage, ob deine philippinische Herkunft eigentlich auch eine große Rolle in deiner Kunst dann spielt. Ja, ich glaube, dass, also nicht konkret, also nicht, dass ich jetzt sage, in dieser Werkserie bearbeite ich jetzt alles, was so zum Thema Philippino-Sein irgendwie dazugehört. Ich glaube eher, dass so, ich kann das gar nicht vermeiden. Das ist ja meine Biografie und das ist so oder so in meinen Werken mit drin. So, und dass ich mich, ja, auch mit diesen religiösen oder spirituellen Themen irgendwie auseinandersetze, das ist natürlich irgendwie vor allem von meiner philippinischen Seite. So, aber das hat dann sich dann so ein bisschen verselbstständigt und ist nochmal so andere Wege gegangen, aber das ist so tief in mir drin. Und ich glaube, ja, jeder Künstler, jede Künstlerin, ja, lässt es halt mit einfließen. Und selbst wenn man sagt, man möchte gar nichts Biografisches machen, ist es trotzdem dann drin. Ja, ne, unbewusst wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Themen, an denen man sich irgendwie abarbeitet oder so, das ist, ja, das kommt von der Biografie. Ich habe hier noch ein Werk, ich drehe das mal, da neben Pikachu. Das ist so eine Ingwerwurzel. Und, ja, also das ist so explizit zu meinen philippinischen Wurzeln. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, so, das ist ganz konkret und bewusst halt eine Darstellung davon. Also ich habe mich inspirieren lassen von einem anderen Künstler, der heißt Erwin Wurm. Und der hat eine riesige Skulptur bauen lassen aus Bronze, eine Wärmeflasche. Also eine riesige Wärmeflasche. So, und der Titel von dem Bild ist Mutter. Und dann habe ich irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie, ich habe dieses Werk gesehen und dachte so, boah, das ist ja voll lustig und so einfach irgendwie. Und dann habe ich irgendwie gedacht, was wäre denn das Symbol für meine Mutter? Ingwer. Für alles, was, wenn du Halsschmerzen hast, wenn du irgendwas mit dem Knöchel dich verstaucht hast, immer Ingwer. Es ist immer so spannend, wie Kunst entsteht. Ja, ich weiß, dass manchmal einfach dich die Hand führt oder irgendetwas oder irgendein Gefühl führt, dass man das manchmal gar nicht in Worte fassen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Bin ich da so richtig? Liege ich da richtig? Ich würde schon sagen, dass ein kreativer Prozess oder halt irgendwie sowas wie eine Inspiration halt schon etwas, weiß nicht, vielleicht würden das andere Künstler halt anders beantworten, aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt irgendwie so einen Klick im Kopf macht, wie wenn jemand, keine Ahnung, ganz tief in einem Gebet ist und auf einmal löst sich der Gedanke auf und du hast halt irgendeine Inspiration oder so. Und für mich ist das so, ganz tief in seinem kreativen Sein zu sein. Das hört sich schon sehr meditativ auch an. Ja, also jetzt bei den Ikonen zum Beispiel habe ich halt irgendwann gemerkt, aber halt erst im Nachhinein, also nicht, dass ich absichtlich so rangegangen bin, aber dieses Malen an den Ikonen, ich sitze da ja dann stundenlang dran. Und das macht ja auch mit mir was. Wenn ich jetzt stundenlang an so einem Dornkranz sitze oder an der Heiligen Maria und mir das stundenlang angucke und daran so arbeite, dann denke ich ja auch viel über dieses Symbol nach. Und in dem Prozess kommen mir halt allerlei Gedanken und das ist dann halt wie meine Meditation über dieses Symbol. Ich habe über Spiritualität in der zeitgenössischen Kunst geschrieben und habe eine Lichtinstallation analysiert, die ich 2019 ausgestellt habe. Ich hatte, als ich nach Berlin gezogen bin, das große Glück, direkt mit Adidas irgendwie ein Gig zu haben. Das war auch irgendwie so krass. Die haben mir irgendwie eine E-Mail geschickt und ich dachte, das ist ein Spam. Und das war dann halt eine Anfrage von so einem Frauenmagazin, was mit Adidas zusammengearbeitet hat und die wollten Künstlerinnen einladen, um über das Thema Future was zu machen. Und dann habe ich zu dem Thema halt was bauen lassen und genau darüber habe ich meine Maßarbeit geschrieben. Wow. Ja, das war ziemlich cool. Das Ding ist halt, es war quasi so ein Werbe-Gig. Also dann war halt so eine Network-Party und es ging die ganze Zeit um so einen Sneaker. Und ich war halt so, okay, krass, ich habe jetzt hier diese Lichtinstallation bauen lassen und habe da so voll viele Gedanken drin und egal, wir sind einfach nur alle betrunken und let's go so. Also ich habe quasi ein Tor gebaut und das hat so offene Türen. So, man kennt das ja so, spirituelle Szenen in so Filmen, wo dann so ein riesiges Tor aufgeht und dann ist da so der Himmel oder keine Ahnung. So und wenn man quasi vor diesem offenen Tor steht, sieht man aber auf einmal sich selber. Aber nicht sich selber als Spiegelbild, sondern sich selber als Lichtfigur. Aber du stehst dann vor diesem offenen Tor und du siehst auf einmal so eine leuchtende Figur und du bewegst dich und auf einmal merkst du, ah krass, das bin ich. Krass, das ist wie so eine Aura. Ja. Und dann war das halt so, dass, sagen wir mal, da sind halt irgendwie drei Leute vor diesem Spiegel. Die Leute waren so mit ihren Drinks, so okay. Und dann meinte ich es ja, geht mal ein bisschen näher zusammen. Und sobald die halt so etwas näher zusammen waren, entstand so was wie so ein Lichtfeuerwerk. Also diese Lichtkugel hat sich dann nochmal vergrößert. Also in der Gemeinschaft wird das Licht noch größer. Vielen lieben Dank, liebe Silke, für das schöne Gespräch. Schaut mal auf Ihren Instagram-Kanal rein. Es sind tolle Bilder voller Harmonie und Melodie. Und wir? Wir hören und sehen uns in zwei Wochen. Habt es fein. Ajo, ajo.